Ich begrüße an dieser Stelle Helmut Charles! Helmut ist wieder da, um mit unseren Improhasen, um es an dieser Stelle noch mal zu sagen, eine musikalische Improvisation zu wagen. Nehmen wir noch mal ein Lied, was wir schon mal hatten? Können wir machen, ja. Sagt sich stupid vielleicht noch mal? Das hattet ihr so schön drauf, gell? Fantastisch ist das schön. Musikalisch, soweit seid ihr schon mal sicher. Das geht, aber worum soll es denn in dem Lied gehen? Das ist ja das Wichtige. Und ich frage Sie jetzt mal nach was richtig Leckerem zum Essen, meine Damen und Herren. Hundefutter! Hundefutter! Was ist denn da mit den Handschellen wieder? Königsfeder Klopfe! Saumagen, Sauerkraut. Oh, da kommt zu viel. Jetzt haben wir hier mehr. Schweinskopf. 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 Sülze. Linsen. Kohl und Pinkel. Kohl und Pinkel. Das finde ich schon immer so niedrig mit dem Namen. Kohl und Pinkel. Kohl und Pinkel. Heißt das wirklich nur Kohl und Pinkel? Ja? Ja? Kohl und Pinkel. Okay. Wir machen mal Kohl und Pinkel. Das wäre nicht ein schöner Entschluss. Helmut. Okay. Ja? Eine schöne Ode an Kohl und Pinkel. Oh Gott ey! Meine Damen und Herren! Ja? Ja? Das ist alles für unsere Plattform. Das wäre schön! Ja? 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 Ich lebe gern im Norden Deutschlands, denn da gibt es ab und zu mein Leib Gericht. Ich bin mir sicher, Pfeifen wie ihr hier aus Köln, ihr kennt das nicht. Die Mama macht es und die Oma und der Opa, alle können's prima kochen. Das Staat ist die ganze Familie, sitzt um den Topf herum und steckt es sich hier um ins Loch. Jetzt wollt ihr sicher wissen ja, wie heißt es denn das Lieblingsessen von der Barbara? Auf diese Scheiße reibt sich nichts, drum sing ich einfach Tralala. Doch bevor ich jetzt herkomme und den Namen für euch in den Schnee rein pinkelt, denn das Wort, das ihr wissen wollt, ich nenne es euch jetzt, es heißt Kohl und Pinkel. Schmeckt scheiße, schmeckt scheiße. Schmeckt scheiße. Ja! 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 Bedankt für mich für Heide Zähler! Draperat und holst dich jetzt! Da. Das war jetzt so. Genre. As Paris sind es in Berlin!